du kannst nicht schon lang ist immer noch in der Höhle oh ja und ich höre meinen größten Feinde ach du meinst deine Freunde Spinnen ich stehe es ach ja ich muss warten bissel hell wird schon über einen Steak Kohle ich glaube jetzt reicht es ja das reicht zu ach man das ist viel zu wenig Eisen nur 46 ach viel zu wenig das ist wirklich wenig wenn ich das mit dem Trichter und so mit dem von A nach B Porten da mache dann wird das Eisen gar nicht mehr reichen gehst du ins Bett wieso schon das machen ich dachte du bist schon wieder raus aus deiner Höhle nein bin ich nicht schade ich brauche halt mal Rohstoffe die du nicht hast noch nicht ja noch nicht von mir bekommst keine ja 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 Spaß ich leide ich leide ruhig das ist kein Problem ach wie großzügig ein zwei Eisen das ist doch ja was ich hab gesagt ich leide wie großzügig wie großzügig wie großzügig fackeln sparen hm was fackeln sparen warum warum egal ich weiß auch alle nö scheiß auf schule schau es auf keine Ahnung was scheiß auf Klaffen alter schreit jetzt hier einfach raus ey ich warte noch nicht fünf stunden bis das hier heller wird entweder knallt es hinter mir aber es knallt ne äh da geh ich lieber nicht lang äh da geh ich lieber nicht lang ne danke ach man mhm ein stick eisen und zwölf es reicht nicht ich hab kürbisch gefunden es ist eigentlich viel praktischer wenn man die fps auf 30 blockiert man hat später viel 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 weniger auf der festplatte das heißt man kann den aufnehmen sieht allerdings nicht mehr so flüssig aus und für 1080p ist auch nicht mehr richtig gut aus bei 30 frames es geht das auge bekommt nicht 30 frames also mehr als 30 frames mehr mit aber es nimmt es halt als mehr flüssig war es lange wie es nicht extrem leckt und macht ich bin ich eigentlich Prozent durch die spielten 50 0 0 ich bin mit kürt ich kürt es gibt es nicht ich habe es ohne gefunden ach was Oh ja, ich hab ne Spawner gefunden. Es wird gleich hell, juhu. Oh du Scheiß, Zombie-Spawner. Als ich auch noch nie gefunden habe, ist ein Creeper-Spawner. Nee, ich auch nicht, aber ich hab einen Monster-Spawner gefunden. Was ist das denn? Eine Truhe mit einem Sattel, 3 Schwarz, 4 Schwarz oder einem Faden und einem Eimer. Und eine kostenlose Kiste. Den Spawner baue ich nicht schon. Ich sag dir die Position. Ähm, 580, 2, 157. Das ist die Position. Komm da hin. Ja, ich bin nicht so weit weg. Ist mir egal. Nö. Du musst die hier den Rate-Point machen. Ja, überhaupt schon eh vergessen zu machen. Wir haben sonst ein Problem. Ach ne, aber ich bin schon wieder hin. Ich weiß, wie ich es markiere. Die Sohle kommt. Jun. Scheiß. 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 Ich hab keine Rolle. Ich kann gar nicht die Spitzhacke machen. Scheiß. Oh ne. Doch. Was? Was? Wie wird's wieder? Wüste? Nee. Küste. 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 Na ja, da gehen wir mal langsam wieder durch. Hier ist nischt. Oh ne. Hier ist nur Küste, Küste, Küste. So, Freund, was könnt ihr jetzt dauern? Oh, geil. Ne. Ne Insel. Ne Berginsel. Ne Berginsel. Ich sehe nicht tief und ich sehe nicht tief. Oh, das wird dauern. Boah, das wird dauer. Boah, grische geile Berginsel mit ner Heeler innen. Boah. Cooler Sache. Alter, liebe Freund. Das wird dauer. Wat? Ich hab' kein, äh, kein Holz und ich will mich gerade hoch brauchen, damit ich einen Kackstift obmarkten kann, dass wir uns in die Position immer erinnern. Ach so. Wie hoch auf, äh, welche, was ist deine Y-Position? Meine jetzche ist 63. Oh, noch so weit. Ich muss nämlich gucken, ungefähr, wie weit ich weg noch, wie weit ich noch weg muss gehen. Alter, ich hab' meine Faust jetzt schon weh. Und ewigen Steinkloppen mit der Hand. Boah, was? Oh, was ist das? Ich will nicht, was ich hier mitmache. Hm. bisschen schneller. Oh, noch drei Glöcke vielleicht. Ne, nachdem, wo wir sind. Hm. Ich frage mich nicht, Mut, die einfach nur hochzubauen, ohne aufpassen, ob jetzt Kies kommt oder nicht. Boah. Boah. Ich bohne für eine Fackel. Und dann kann ich mich gießen, nicht töten. Stimmt. Ach, ich guck jetzt nochmal hier links. Hm, 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 hm. Alter. Oha. 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 Es sieht so aus. Als. Als. Käme ich beim Sand. Bei Sand, Sand, Sand. Und. Auf. Ah joh. Scheiße. Oh, es ist ja gar nicht weit weg von unserem Haus. Dann können wir hier einen Monster Spawner bauen. Ich hab's mit einem Kreuz markiert. Ah, das ist nicht so. Oha. Wissen du? Keine Ahnung. Neu. Wie eine Ahnung. Wo ich läuft, in die Richtung zurück. Müsstchen, irgendwann mit einkommen. Hm. Wo ich bin eigentlich, in die Richtung zurück. Die Beine hören. um so kaputt die hoch Kumpel an den richtigen um ich bin richtig danach hier, da hier, da hier, da... ich... warte, da hier auch nicht o, mein Kist is voll fröhlicher ist weg das und das gehen raus, und das auch, komm hier auch und warte mal, dass wir auch das kann hier ja genau, ich bin gleich da genau, yeah yuhu yuhu